Gleichstellung ist ein wichtiges Thema. Dass es keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gibt. Gleichbehandlung von Menschen. Gleichberechtigung ist für mich, die Menschen gleich zu behandeln und keine Unterschiede zu sehen zwischen Frauen und Männern. Naja, der Mann geht für die Familie arbeiten und die Frau macht den Haushalt und kümmert sich um Kinder. Gleiche Rechte für Männer und Frauen in einem Bereich, ohne dass es diskutiert werden muss. Dass Männer und Frauen gleichberechtigt werden. Dass alle die gleichen Rechte haben. Also gleiches Geld für alle. Gleiche Chancen für Berufe und Ausbildung. Meine Oma, die habe ich noch gar nicht zu sowas gefragt. Die hätte eine ganz andere Vorstellung gehabt. Die hat eine klare Rollenverteilung vor Augen. Oh, die haben das hier noch nicht so kennengelernt, ja? Die sieht das alles noch ein bisschen skeptisch. Bei denen das halt noch so ist, dass die Frau was im Haushalt macht, wenn man halt arbeiten geht. Früher war ja immer noch dieses Motto, dass Frauen halt sozusagen in die Küche gehören und dann die Männer alles andere zu tun haben. Ja, früher wurden Männer besser behandelt, mehr Geld und so. Aber bei uns ist das jetzt anders. Ja, es ist ziemlich alles gleich. Also jeder macht alles. Na dann Dankeschön. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.